Hallo und herzlich willkommen zum Plugs Playtest mit XCOM, The Bureau XCOM Declassified, Folge 26. Und wir sind hier gerade dabei, unsere Kollegen zu unterstützen, beziehungsweise ihr zu finden, um sie dann zu unterstützen. Okay, dann kommt mal eine auf. Unsere Jungs sind alle drin, super. Oh, doch, eine größere Institution. Und da ist auch schon unsere Kollegin. Oh, viele Konsolen. Story. Wer ist er, Angela? Sein Name war Pete. Ihr Bruder? Ja. Axis hat ihn von mir genommen. Ich kam hier, um ihn zurückzunehmen. Was er, er, ist er noch in da? Ich weiß nicht, aber die Basterde immer benutzen ihn, also ist es möglich. Usen ihn? Um die Infektion zu entwickeln. Also das ist das, was das hier ist. Sie werden die Krankheit von live-human-test-subjekten, und ihr Bruder. Pete war ein von die erste Test-Test-subjekten. Die Facilität ist hier seit langem. Far länger als ich dachte. Dann ist es Zeit, dass wir ihn verraten haben. Was sind Pete's chances? Ich weiß nicht. An dieser Stelle, er ist ein Sleepwalker für Jahre. Aber ich werde ihn nicht immer wiedersehen. Er ist Glück, dass du als Freund bist. Ich bin ein Jahr kleiner als er. Aber er war derjenige, dass die Schule immer aufhörte. Bis ich bin so alt genug, um einen Schluch, das ist. Axis wird nicht so glücklich sein. Was macht dich so sicher, dass Axis hier ist? Das ist woher sie die Toxin haben. Und es wird noch weitergegeben. Also ist es zu wichtig für ihn, dass er einfach zu verlassen ist. Genau. Ich habe schon seit Jahren gearbeitet, bevor ich sogar wusste, was er war. Wenn er ein Fehler hat, ist er seine Hoffnung. Both in seiner Arbeit, und in seiner Menschen. Er wird jetzt nicht aufhörter. Warum hast du geflogen? Warum nicht nur ich und meine Team ausführen? Wenn du allein bist, selbst wenn du sie aufhörtert hast, ich werde nie wissen, was mit Pete passiert. Du könntest mir sagen. Nein, ich könnte nicht. Carter, ich bin eine Frau, in einem Mann zu spielen. Ich kann nicht aufhörten, die Erachtung von Emotionen. Wir lassen uns das Haus aufhörter. Es sollte einfach sein, wenn wir zusammenarbeiten. Ich werde hier sein, und finde, wo sie aufhörten Pete. Und wo Axis hat sich aufhörter. Aber nicht wieder aufhörter. Ich habe eine lange Zeit für diesen Tag erwartet. Vertraue mir, Carter. Ich gehe nicht aufhörter. Aufhörter und huppe aufhörter, Will. Ich werde sie ausueren. Ich werde sie ausführen. Ich werde sie überhörtert. Ich werde sie kennen. Ich werde sie herausfinden. Sie vertreten. Meine Weichung ist ein bisschen nicht mehr. Und ich denke, es ist eine Geschichte beschrieben. Das kann man auswählen, okay. Ähm, wir gucken. Deswegen gibt's was Hübsches zum Anschauen. Das sind diegäste. Das sind diegäste. Was passiert mit ihnen? Wir haben gerade sie gesehen. Als der Test war, waren sie einfach raus. Wir werden sie bezahlen. Right, Commander? Oh, ja. Ich versuche. Gefällt mir. Ach, es gibt ein neues Pack. Genau. Welches habe ich jetzt gerade? Das Tactician Patch. Ja. Und das hier... Nee, das gefällt mir nicht. Das passt. So. Die Jungs können immer noch nichts anderes... ...nehmen. Also... Und weiter geht's. Und weiter geht's. The great William Carter has arrived. I have looked forward to our meeting. Access! Enjoy your last minutes, you son of a bitch! And then I'm gonna tear out your goddamn heart! Quite enough of that. William Carter is the one I wish to speak with. William Carter is the one who can see reason. Sorry, pal. I'm not here to chat. Just hold on, Angela. We'll shut him up for good. Geh mal rechts rum und gucken, ob es hier heren geht oder... ...obes da überhaupt irgendwo heren geht ...bei links wei ja auch nie wirst du aus am Gegnern. Okay. Die Tür ist offen geblieben. Die Tür ist offen geblieben. Denken an, wie nett wir sind. Tens von Tausende haben die Horrors der Krieg gebrochen. Schmerz, kurz vor. Feindler, engagieren Sie! Rückmeldung! So, ich brauche hier... in der Richtung... Turret, da! Gun deployed! Put a mine, da! Blob deployed! Hit it hard! Mine deployed! Alley-oop! Focus on that target! Targeting! Targeting! So... ... dass die Hände sind, was man gelöst. So... Ich wollte aber zwingend mal dieses Ding hier lesen. Okay... So... Und da gibt es etwas zu greifen... Ja... Going in! Sowas ähnliches habe ich aber schon... Und... Durch die Typechamber... Gut, dann müssen wir in eine andere Richtung... Back to me! Regrouping! Komm schon, Mädels... Kinder ist... On me! Back to you! Da haben wir alles rausgeholt... Nachgeforscht... Großer Raum... Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich brauche ein Silicoid hier vorne... Das ist doch albern... Blob out! Lifting! Lifting! Manums! Watch it! Camouflage! Okay! Exposed... Hit it hard! Elita... Da hinten sind noch Sniper... Da hinten sind noch Sniper... Dammit! Shields! Get me Artillery! Taking the shot! Mind that area! I can't think much more! Mind deployed! Move! Tand down! Force it! On the move! I'm in position! Help that agent! He's coming around! He's coming around! He's up! Take cover! Sniper! He's going in! Move! Keep the pressure on him! Get down! Move it! Take it out! Targeting! That's your target! Attacking your target! Take cover! Sniper! Take cover! So... I need to go to a higher position... Take cover! Repositioning! Focus on that one! Taking it down! Take it down! All stands tough to tickle... Come on! I'm away! I'm ready! Set up! Take it down! In my sights! Don't be careful! The Scatter... That's not the way to the able to scale. Es reicht wohl leider nicht bis da hoch. Scatter, in that spot! Clear in the area! Und das reicht nicht, also muss der noch mal rum weiterlaufen. Der kann aber nicht viel weiter. Wenn ich noch da hinten rummeier. Du schießt nicht, warum schießt du? Das ist dein Ziel. Das ist dein Ziel. Das ist mein Ziel. Alley-oop! Attack! Taking it down! We're through with shields! You almost got it! Eyes up! Move! I got our bomb! Hit it hard! Cloak! Take an aim! Lay down a mine! Mine deployed! Aaaaahhhh Wenn du nicht bewegen kannst. There go the shields! Palking now! Shields! Hit em high! Äh, was schießt denn nach mir gerade? Oh fuck. Welcher Drown? Ach, da hinten. Okay. Ein Turret in der Richtung ist... Hold up a turret! Gun deployed! Walk it off! That's your target! On your target! Nicht laufen, schießen... Take it out! Confirmed! Und... Focus on that one! In my side! I need support over here! Wo ist denn da noch einer? Ach, da bei mir, verdammte Kamera! Deploying blob! We're all dead, let's get moving! Okay. You are not the first species to assist us. And you will not be the last to thank us when your induction is complete. That explains where they're taking the water. What are they doing to it? That's the sleepwalker toxin. That's how the infection spreads. They're putting it in our water. That's it. I'm sticking the bourbon. I'm going to go to the next episode. I'm going to go to the next episode. I hope it's all over the next episode. We'll see you in the next episode. Bis dann. Tschüss.